Der deutsche Weltärzte-Präsident Frank-Ulrich Montgomery kritisiert die im Kampf gegen das Coronavirus geplante bundesweite Maskenpflicht. Diese könne für ein trügerisches Sicherheitsgefühl sorgen und dazu verleiten, den, so wörtlich, allein entscheidenden Mindestabstand zu vergessen. Zudem könnten die Masken bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich werden. Im Stoff konzentriere sich das Virus und beim Abnehmen werde die Gesichtshaut berührt. Schneller sei eine Infektion kaum möglich. Das Tragen einfacher Masken, wie auch die Verwendung von Schals oder Tüchern für den Atemschutz, sind nach Ansicht von Montgomery keineswegs ausreichend. Eine Pflicht zum Tragen von Schals oder Tüchern vor dem Gesicht sei lächerlich. Ab Montag ist in allen deutschen Bundesländern das Tragen von Atemschutzmasken in Teilen der Öffentlichkeit Pflicht. Die Vorschriften fallen aber unterschiedlich streng aus, teils gelten sie nur für den öffentlichen Nahverkehr.